Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr. War das wunderbar. So viele Familien, so viele Kinder, die total begeistert durch die Gegend gelaufen sind und sich die Feuerwehrwagen angeschaut haben. Ja, die gesamte Feuerwehr war da, die Malteser waren da. Herzlichen Dank, es war ein wunderbarer Tag und das Wetter hat sogar bis halb sechs super mitgespielt. So, jetzt drücken wir den Hebel hier oben. Mein Name ist Jochen Brune. Einen schönen guten Tag. Ich leite hier das Sportabzeichen bei der SKKs und wir haben heute die Verleihung der Sportabzeichen vom letzten Jahr. Und wir würden uns freuen, wenn wir hier noch den einen oder anderen gewinnen können, der das Sportabzeichen in dieser Saison macht. Alle Informationen können Sie auf dem Internet der SKKs unter Sportabzeichen nachlesen. Sport ist super wichtig und es gibt eine Gruppe von Menschen, die machen jedes Jahr ihr Sportabzeichen. Das ist wirklich gut, weil man dann selber ein bisschen messen kann, wie gut man auch ist. Und ich danke dem Team der SKKs, die das jedes Jahr wieder machen. Und wenn Sie Zeit haben, dann kommen Sie zum Sportabzeichen.